Okay, ja, und da wir wissen, dass die Translobbyer auch immer die Wissenschaft bezahlt, das lernen wir gerade von Rechten, die sagen uns das immer wieder und das finde ich auch nett, das muss man ja auch wieder erfahren. Deswegen reden wir jetzt über gekaufte Wissenschaft, wenn Gelder Studienergebnisse beeinflussen. Gekaufte Professuren, manipulierte Studien und geheime Dokumente. Wir sprechen über Lobby. So wie die Studien vom RWE vielleicht, oder wo es geht. Lobbyismus in der Forschung, denn es betrifft uns alle sehr direkt. Vor wenigen Wochen haben wir hier ein Video zum Thema positive Folgen von Zuckerverzicht gemacht und bei der Recherche saßen wir mal da und dachten, ey krass, die Zuckerindustrie hat uns jahrzehntelang manipuliert. Und das ist ja nicht nur beim Zucker so, wissenschaftliche Erkenntnisse werden immer wieder von Geldern und Interessen geleitet, verzögert oder verwässert. Fast so, als wäre der Kapitalismus gar nicht so geil. Aber nur fast, ne? Also natürlich so. Yay, Kapitalismus. Ob von Ölkonzernen, der Tabakindustrie oder von Herstellern, die Umweltgifte produzieren. Produzieren aus der Industrie, das kennen wir eigentlich auch gar nicht. Auch nicht aus der, also ich meine, in der Politik gibt es das auch nicht. Und, ne, also das kann ich mir so nicht vorstellen. Kann ich nicht sofort über den Kapitalismus. Ja, wäre auch Doppelmoral. Also ganz ehrlich, jetzt hier auf Twitch zu streamen und Kapitalismus zu kritisieren, das wäre auch einfach zu sehr Doppelmoral. Jetzt nochmal kurz zur Zuckerindustrie, weil die uns einfach nicht loslädt. Fick den Kapitalismus. In den 50er Jahren wurde Zucker nämlich sogar als Schlankmacher beworben. Ja, voll, oh, die Werbung kenne ich. Die Werbung kenne ich. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. Voll, oh, jetzt bin ich überzeugt. Ich glaube, ich kaufe heute Zucker. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Dabei kam gleichzeitig erste Untersuchung raus. Und auch direkt noch Bodyshaming drin, ist ja schon echt top, oder? Also ist schon super. ... die Zucker in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Problemen brachten. Die Zuckerindustrie versuchte daraufhin die Debatte zu lenken, nämlich so, dass allein Fett und Cholesterin die eigentlichen Übelthemen... Das ist ein Glas Zucker, jetzt ein bisschen, oder ein Kilo Rohrzucker in der Nieren. Ich glaube, das fühle ich jetzt auch. Währenddessen stieg der Zuckerkonsum aber immer weiter und Herzkrankheiten nahmen ebenfalls zu. 1967 erschienen dann zwei Studien im extrem anerkannten New England Journal of Medicine. Und in den Arbeiten hatte man die bisherigen Erkenntnisse eigentlich ganz gut zusammengefasst, ebenso die Auswirkungen des Zuckers. Ja, auch total wild. Ich hatte letztens, ich hatte, war das vorgestern, eine Diskussion, da ging es über Zoos. Und dann wurde auch so ein Magazin geschickt, was halt auch, also, was untersucht wurde, dass das nicht sehr seriös ist. Aber wurde als wissenschaftliche Quelle genannt, weil das wohl teils anerkannt ist, so in der wissenschaftlichen Szene, als gutes Magazin. Aber trotzdem sollte man den Sachen nicht direkt glauben. War auch schon wild. Da gab es direkt ein paar Untersuchungen zu dem Magazin, dass das eher ein populistisches Magazin innerhalb der Wissenschaft ist. Aber, naja, gut. Generell, wer verteidigt Zoos, Leute? Zoos sind Crap. Es gibt nichts Gutes an Zoos. Lass die Kacke. Aber im Fazit ist dann plötzlich gar nicht mehr die Rede davon, dass Zucker eigentlich schädlich sein könnte. Und heute wissen wir, diese Studien waren von der US-Zuckerindustrie finanziert. Und dann, 40 Jahre später, eine Metastudie, also eine Arbeit, die die wichtigen Einzelstudien zusammenfasst. Die kommt zu dem Fazit, für die Verbindung von Zuckerkonsum bei Kindern und Jugendlichen und erhöhtem Body Mass Index, gäbe es near zero, also fast null Evidenz. Das Ergebnis ist einfach keine Evidenz. Das wird auch heute noch gern von der Industrie verwendet. Zum Beispiel in der aktuellen Broschüre von Südzucker. Und nur, dass es klar ist, natürlich gibt es handfeste Belege dafür, dass hoher Zuckerkonsum das Risiko für Über... Ja, aber ey, Moment mal. Ich habe letztens in einem Video gelernt, dass die World Health Organization einfach lügt und keine Ahnung hat. Das habe ich mir letztens erklären lassen. Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen und so weiter erhöhen kann. Deshalb lohnt es sich auch immer, in das Kleingedruckte solcher Studien zu schauen. Und in diesem Fall steht da zum Beispiel, dass die Forschungseinrichtungen Gelder von Coca-Cola und PepsiCo bekamen. Aber für was anderes. Und später... Ja, natürlich. Die hatten eine Werbekooperation. ...eine Mitautorin der Studie zur American Beverage Association, einer Getränkelobby. Aber fast kommt... Das ist zufeil. Alles zufeil. Das Bild sprachlos hat uns das hier gemacht. Das ist eine Metastudie von 2017, die ganz vorsichtig sagt, dass sie keinen Zusammenhang zwischen Zucker und Diabetes herstellen konnte. Und dann haben wir in diesen Conflict of Interest geschaut. Und da steht zum Beispiel ja drin, wenn Forschende schon mal irgendwann von Unternehmen Geld bekommen haben. Das ist ja auch durchaus üblich. Aber das hier ist wirklich eine Art kleines Manifest. Okay. Und dann geht es nämlich los. Der wurde doch nicht bezahlt. Das war eine gute Studie ohne Bezahlung, oder? Das ist Conola-Kaus. Und mit solchen Studien sieht es dann so aus, als wäre das mit Zucker und ungesund alles völlig unklar. Dabei hatte die US-Zuckerindustrie bereits in den... Ich hätte jetzt gerne alle gehört, aber das dauert ja echt lang. ...sechzigern eigene Studien abgebrochen, weil sie die Verbindung zwischen Zuckerkonsum und Gefäßkrankheiten aufgezeigt hat. Das war ja echt scheiße, ne? Wenn du so denkst, oh, ich mach jetzt mal eine Studie, damit das belegt ist, dass man unsere Sachen gut kaufen kann. Und dann belegt man leider das Gegenteil. Und dann denkst du so, nee, lass mal nicht machen mehr. Lass mal... Lass mal abbrechen an der Stelle. Das war anders nicht gut, was wir hier tun. Das ist richtig schön. Das ist wie diese Leute, die beweisen wollten, dass die Erde flach ist. Und dann ein Experiment gemacht haben, um zu zeigen, ja, guck mal, es gibt keine Krümmung. Und dann leider rauskam, dass es eine Krümmung gibt. So, das sind so... Ach nee, da muss das Messgerät kaputt sein. Ich weiß nicht, ob das Messgerät kaputt ist. Vielleicht redest du auch einfach nur Kacke. Oh. Und im Grunde kann man dieses Prinzip auf viele Industrien übertragen. Die Tabakindustrie etwa wusste seit 1953, dass Tabak Krebs verdammt ist. Die Ölindustrie wusste spätestens seit den 70ern um das klimaschädliche Potenzial. Ne, Klimawandel gab es ja auch schon immer. Also sorry, das ist ja jetzt mal qualit. Also Klimawandel ist ganz natürlich und heute ist halt kalt und morgen ist warm. Und dann ist das ja, das ist ja, das ist ja ganz normal. Also, ja. Was kann denn, was kann denn die Ölindustrie denn dafür? Das verstehe ich aber jetzt gar nicht. So gleich mehr. Das ist... Das war auch so ein Sarkasmusschild, habe ich das Gefühl. Wenn man sich das mal bewusst macht, wirklich ziemlich krass. Und natürlich die Dr. Pepper Snapple Group. Puh, ja, schon heftig. Dr. Pepper ist auch so ein Rotz. Sorry, aber die schlechteste Cola ist eindeutig Dr. Pepper. Es tut mir leid. Das Wetter falsch ausgesprochen. Sorry, ich meine Wetter. Ähm, ich meine Leute, wir sind Realisten. Wir wissen, dass Studien natürlich sind... Ja, Fritz Cola ist mit die Beste auf jeden Fall. Also, Fritz Cola und Afri-Cola, finde ich so. Aber Fritz Cola auch noch ein Ticken drüber, ja. Also, Fritz Cola ist wirklich die Beste, glaube ich. Und deswegen Hass-Content. Ja, dann soll Dr. Pepper bessere Sachen herstellen. Oh Mann. Flüssige Gummibärchen. So Spezi, das ist ja noch was anderes. Das ist ja nicht komplett Cola, ne? Sehr teuer sind und auch oftmals Förderung brauchen. Aber irgendwann muss das natürlich an seine Grenzen kommen. Und deshalb mussten wir erstmal herausfinden und verstehen, wie groß ist diese Industriekrake in Deutschland. Und man sieht schon an den Forschungsgeldern, wie stark die Industrien mit der Wissenschaft verstrickt sind. Hier, der kleine blaue Bereich sind die öffentlichen Gelder von Bund, Ländern oder Gemeinden. Und das restliche Geld, also der... Vielleicht sollten wir... Na, vielleicht, also, jetzt hört man erstmal zu. Aber vielleicht sollten wir genug Forschungsgelder bereitstellen, die nicht von der Wirtschaft bezahlt werden sollten. Also... Und nicht bezahlt werden. Also... Überlegung vielleicht? Weil ich finde Forschung auch relativ wichtig irgendwie so, um weiterzukommen bei vielen Themen. Wenn der Cola Thiel ist in die Vorschläge schicken, würde ich auch machen, ja. Orangina weiß ich gar nicht, ob ich die jemals getrunken habe. Rote Bereich kommt aus der Wirtschaft. Und man sieht, wie das über die Jahre immer mehr geworden ist. Es kann dann zum Beispiel so aussehen. Konzerne geben Geld für Studien oder finanzieren Professuren oder ganze Lehrstühle an Hochschulen. Natürlich für die Bereiche, die sie gerne fördern wollen. So hat die TU München-Kooperation mit Lidl, Google und Facebook, die Uni Mainz mit Böhringer Ingelheim und die RWTH Aachen mit Eon Energy und so... Keine Ahnung, wer die sind. Also doch, Eon kenne ich und Lidl kenne ich. Facebook auch, Google auch. Ich kenne nur das oben nicht. Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Aber Böhringer Ingelheim noch nie gehört. Keine Ahnung, wer die sind. ...weiter. Hier geht es allerdings oft auch weniger um Grundlagenforschung, sondern um Forschung zu einem konkreten Projekt oder Produkt. Und ja, da ergibt es irgendwie auch Sinn, dass die Industrie das finanziert. Also Industrie beziehungsweise Wirtschaft und Wissenschaft sind irgendwie eng miteinander verbandelt. Aber wie schafft es die jeweilige Industrie genau, ihre Interessen so durchzusetzen? Und teilweise das sogar gegen die Fakten. Das finde ich auch so krass. Also das dann, das aber... Warum können wir nicht den Kapitalismus zumindest da rauslassen? Naja, wir können den nirgendwo rauslassen. Können wir den vielleicht überall rauslassen und dann ist gut? Ich meine, wo ist da das Problem? Wo Leute sagen, ja, für mich funktioniert aber der Kapitalismus gut, weil ich bin reich. Ja, ganz egal, dass da Leute hungern und sterben und so weiter. Aber für mich funktioniert der ganz gut. Oh Mann. Und die Geralle einen wundervollen Willkommen auf dem Kanal. Oh, sorry. Ich muss mich da auch mal reich werden. Ja, sorry. Du darfst gerne reich werden. Taktik. Die erste Taktik ist ganz simpel. Leugnen. Weil zu Beginn ist das noch sehr... Das ist wirklich simpel. Ich leugne, dass die geleugnet haben. Einfach. Zigaretten sind ungesund. Die leugnen nicht. Gesund. Nein. Die Zigaretten sind gesund. Sagt eine Studie, vielleicht eine Handvoll Studien. Theoretisch kann man das wirklich erstmal aussetzen. Einfach leugnen. Ich leugne, ich leugne, dass du mein Leugnen leugnest. Es kann ja wirklich sein, dass das nur falsche Schlüsse sind. Die Tatsache ist aber, dass die Unternehmen eigentlich sehr gut wissen, was wirklich passiert. Und das haben wir bei unseren Recherchen zum Zucker gesehen. Das gab es beim Tabak aber genauso. Während die Hersteller damals öffentlich gesagt haben, Rauchen würde ja gar nicht schädlich sein, haben sie parallel an weniger schädlichen Safe Cigarettes gearbeitet. Und jetzt kommt's. Der Ölkonzern ExxonMobil, der schon immer eigene WissenschaftlerInnen beschäftigt hat, wusste 1977, vermutlich aber deutlich früher, vom CO2-getriebenen Klimawandel. Ups. Nein. Wir wissen das schon so lange, dann sind wir doch heute bestimmt durch damit, oder? Wenn wir das schon so lange wissen, dann ist es bestimmt so, dass wir heutzutage kein Problem mehr mit dem Klimawandel haben, oder? Weil da hatten wir eigentlich genug Zeit, was zu tun. Oder? Oder? Sieben Jahre, bevor das außerhalb der Wissenschaft ein Thema wurde, knapp 25 Jahre, bevor der IPCC-Bericht den Klimawandel als menschgemacht eingeordnet hat. Und die haben es damals sogar geschafft, den Temperaturanstieg bis heute ziemlich exakt vorauszusagen. Aber guckt mal. Also. Jetzt nochmal ganz blöd. Ja, die haben jetzt richtig einen Arsch voll Geld gemacht. Aber wäre es nicht viel besser, wenn man nachhaltig gedacht hätte, so okay, dann stellen wir jetzt schon auf alles andere um, damit wir für die Zukunft gewartmet sind, damit wir auch in der Zukunft viel Geld verdienen? Wäre das nicht viel smarter? Weil sie könnten ja dann eine der Ersten auf diesem Gebiet sein. Und dann hätten sie ja Geld ausgeben müssen. Ja, okay, gut. Das kann man dann nicht abwarten, ja. Eigenverantwortung rettet das Klima seit den 80ern. Top. Ach stimmt, wenn es keine Zukunft gibt, muss man in der Zukunft kein Geld verdienen. Auch das ist ein guter, ja, ist ein Punkt. Hier seht ihr die originalen Berechnungen und in Rot eben das, was wir seitdem über die Jahre tatsächlich beobachtet haben. Krass. Und das ist jetzt immer noch nicht alles, weil die erwarteten Temperaturanstiege bis 2050 durch den Treibhauseffekt stimmen sogar mit den aktuellen Modellen aus... Wie sie einfach damals schon alles hatten. Das ist schon krass, ne? ...der Forschung überein. Alter. Ja, und was haben die jetzt mit den Ergebnissen gemacht? Die haben die einfach jahrzehntelang unter Verschluss genommen und laut Schätzung 30 Millionen Dollar in PR-Ganturen und Thinktanks investiert, um den Klimawandel zu leugnen oder kleinzureden. Und das hat sich gelohnt, denn der Konzern... Ja, irgendwelche Dudis glauben das auch heute noch. Irgendwie, diese Leute sind so... Warum sind die Menschen so lost? Klein hat zwischen 1990 und 2020 das 26.000-fache davon erwirtschaftet. Die Taktik Leugnen und Kleinreden ist also lukrativ. Ach so, ja. Wir waren jetzt dabei, dass Firmen Sachen leugnen und kleinreden, also Fakten leugnen und Kleinreden, damit sie ihre Sache verkaufen können in der Wissenschaft. Logisch. Mit immer mehr Evidenz wird es dann aber natürlich schwieriger. Und dann, tja, dann greifen wir halt zur zweiten Taktik. Verzögern. Das Einfachste zum Inhalten ist... Das ist wirklich eine easy Taktik. Also verzögern, Jill hat euch das gerade eben richtig gut vorgeführt, wie diese Taktik funktioniert. Wenn ihr irgendwas wollt, dass es nicht passiert, dann verzögert ihr einfach. Dann macht ihr halt einfach so, ey, guck mal, Sprachmemo. Wo hast du das? Fragen zu stellen. Etwa so. Also wenn ich behaupte, Rauchen schadet. Aha. Aber warum sterben manche Raucher früher und manche später? Oder wenn ich sage, die... Gute Frage. Weil ich hab da, da gibt's auch Menschen, die machen richtig viel Sport und eben richtig gesund und die sterben früh. Und jetzt? CO2-Freisetzung verstärkt den Klimawandel. Aber wie genau sind solche Modellierungen eigentlich überhaupt? Das sind... Das ist richtig smart. Einfach immer so Gegenfragen stellen. Und vielen, vielen Dank, Dreh, für den verschenkten Zappen. Und jetzt Fragen mit einer gewissen wissenschaftlichen Relevanz. Und während die Frage aber nur drei Sekunden dauert, ist die... Sag mal, Trash-Tier-Support, was soll das denn jetzt heißen? ...Forschung, damit unter drei Jahre oder länger mit der Antwort beschäftigt. Und dann kommt einfach nächste Frage. Weil dann hat man wieder Ruhe. Schauen wir mal, wie die jetzige Diskussion um ein Werbeverbot von Zucker-, Salz- und fettreichen Produkten für Kinder... Jerry, ich glaub, du bist ein schlechter Mensch, wenn dir der Klimawandel egal ist. Da wird dann von Seiten der Industrie etwa gefragt, na, wo ist denn die Evidenz, dass Kinder dann weniger davon essen, wenn wir das verbieten? Tja. Aber die perfideste Taktik kommt zum Schluss. Dominieren. Und zwar den ganzen öffentlichen Diskurs. Und das so schnell wie möglich. Man sammelt also die passenden Forschungsergebnisse zusammen, vor allem die eigenen, um politische Maßnahmen abzufangen oder abzumildern. Ein aktuelles Beispiel sind PFAS, eine Chemikaliengruppe, die in vielen Alltagsprodukten steckt. Also Pfannen, Zahnseide, Backpapier oder Kunstrasen. Aber unserer Gesundheit und der Umwelt schadet. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Und wenn nicht, Punkt für die Lobby. So, und seit 20... Ja, guter Wein. Das Holis, man bekommt sowas halt schon mit, wenn man halt wie politisch aktiv ist, auch in der Richtung. Aber sonst, ich glaube, die meisten Menschen kriegen das so gar nicht mit. In 20 Jahren weiß man, dass diese Stoffe toxisch sind. Und deshalb versuchen jetzt fünf EU-Staaten ein Verbot einzuführen. Doch die Industrie ist schon zur Stelle und kreiert eine Wolke des Zweifels. Diese Wolke legt sich dann über die eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, damit das alles gar nicht mehr so eindeutig scheint. Die PFAS-Lobby hat entsprechende Studien gesammelt und an die EU kommt. Kunstrasen ist eine superbescheuerte Erfindung. Wofür brauchen wir Kunstrasen? Also, ganz ehrlich? Vom Rasen ist schon ziemlich, also, schwierig, komplett kaputt zu kriegen. Also, dafür Kunstrasen noch? Die Allianz-Arena, okay, nee, das ist ein Punkt. Nee, dann, 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 dann ist es schon wichtig. Weil nichts, also, viele, die mich noch nicht so kennen, die wissen das gar nicht, aber nichts ist für mich so wichtig wie die Allianz-Arena. Generell wie Fußball, Profisport. Also, das ist mir immer das Wichtigste. Also, ihr seht, leugnen, verzögern und dominieren. Mächtige Methoden. So krass, ne? Aber, hey Jasmin, hab ich dich schon begrüßt? Schön, dass du da bist. Das ist das Wichtigste, auch die ganze unproblematische Kultur drumherum. Ja, hey, die ist super. Die liebe ich. Ich wollte gerade einen blöden Spruch bringen mit einem Fußballer, aber mir ist keiner eingefallen. Wie heißen denn Fußballer? Manuel Neuer, so, das ist ein Fußballer. Jetzt ist der Spruch weg. Verdammt, jetzt hab ich den Spruch vergessen. Naja, egal, naja. Ich hab's versucht. Müller, das gibt's doch bestimmt 80.000, die so heißen, oder? Also, jeder zweite Fußballspieler in Deutschland heißt Müller. Ich bin ja Seniorenradfahrfan. Ich auch geworden, ja. Leugnen, Verzögern, Dominieren, so mach ich das mit der Hausarbeit auch. Gefällt mir. Wie setzen wir unsere Technik dann jetzt für unseren Erfolg? Die haben hier Punkt 4 vergessen. Punkt 4 ist Erfolg. Leugnen, Verzögern, Dominieren, Erfolg. Das sind so. Die haben einfach den Punkt vergessen. Und danke Pixel für den verschenkten Zermin, vielen lieben Dank dir. Aber was heißt das jetzt? Industrie und Wissenschaft können eine ziemlich toxische Beziehung führen. Sicher ist, eine Bezahlung korreliert mit positiven Ergebnissen für die Industrie. Sorry, dass ich jetzt schon wieder den Zucker als Beispiel nehme, aber er liefert einfach echt Steilvorlagen. Also, wir haben eine Übersichtsarbeit und die hat sich 17 Studien zum Thema Süßgetränke und Übergewicht angeschaut. Sechs davon haben einen Interessenskonflikt mit der Industrie angegeben und mehr als 80% von diesen sechs sehen Zucker nicht als Risikofaktor. Von den elf nicht finanzierten sehen wiederum 80% Zucker doch als Risiko. Das ist ja wild. Komisch, ne? Kommen halt die Studien, die dann nicht von denen bezahlt wurden, die kommen irgendwie dann doch auf ein anderes Ergebnis. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Es heißt ja, es gäbe keinen Einfluss. Trotzdem ist er später doch wieder zu beobachten. Industriepositive Ergebnisse können die Datenlage gefährlich verzerren, etwa weil sie tendenziell interpretiert oder absichtlich manipuliert sind. Was nicht in den Kram passt, wird ja teils gar nicht erst veröffentlicht. Und so kann jedes Unternehmen, selbst wenn die Forschung mit einer Uni stattfindet, eben unpassende Daten zurückhalten, was im Falle von Schadstoffen oder Medikamenten tödlich enden kann. Natürlich sind Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen nicht das Böse. Anwendungsorientiert... Na schon, das weiß ich nicht. Ich finde zumindest jetzt nicht gut, dass das so ein Ding ist. Ich meine, das wäre schon cooler, wenn die frei davon wären. Orientiert zu forschen ist unglaublich wichtig, damit da auch am Ende was Nutzbares bei rumkommt und es schnell auf den Markt landet. Weil wir da alle von profitieren. Und Gelder aus der Industrie sind für Institute an den Universitäten wichtig, um überhaupt Forschung zu betreiben. Ja, aber das sollte ja nicht sein. Ist so, aber sollte nicht sein. Also leider. Außerdem können sich Unternehmen einfach auch spezielle Leute leisten, die klinische Studiendesign und Anträge schreiben. Weil das ist eine Kunst für sich. Und es gibt Arbeiten, die attestieren, Unternehmen können durchaus bessere Studien entwerfen als viele Hochschulen. Gibt es Lösungen? Es ist leider so. Die Forschung steckt in einem... Kapitalismus abschaffen. Ich meine, gibt es Lösungen? Habt ihr Lösungen vielleicht? Irgendjemand Lösungen bereit? So wie man damit umgehen könnte, dass die das nicht mehr machen würden? Sie braucht Geld, muss aber frei und neutral sein. Wie könnte man also den Einfluss auf die Forschung begrenzen, um die Verbindung von Industrie und Forschung halbwegs gesund zu halten? Hier sind drei Vorschläge. Erstens... Kapitalismus abschaffen. Mehr Transparenz. Genau, genau, mehr Transparenz. Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mich nur versprochen. Es tut mir leid. Kooperationen klarer Kennzeichnen. Man kann darüber streiten, ob die Verträge einsehbar sein müssen. Aber strengere Verpflichtungen würden der Forschung gut tun. Zweitens... Den Kapitalismus abschaffen. Und Grundfinanzierung. Mehr Grundfinanzierung. Mehr Grundfinanzierung. Würden die staatlichen Forschungsmittel an Universitäten höher ausfallen, wären Forschende nicht mehr so stark... Das wäre wirklich ganz gut. Einfach, dass die mal ein bisschen mehr Forschungsgelder bekommen. Drittmittel und Kooperationen angewiesen. Drittens... Kapitalismus abschaffen. Gremien über Forschung entscheiden anders besetzen. Anders Gremien besetzen, ja. Mit mehr Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Genau. Die vor allem das Gemeinwohl im Sinn haben. Und was wir Medien machen müssen, natürlich dringend bei Gegenmeinungen aufpassen, die sich vom wissenschaftlichen Konsens abwenden. Natürlich wittert man hier und da eine gute Story oder will auch mal eine Gegen... Okay, meine Lösung, der Kapitalismus bleibt, ich werde ganz, ganz schnell reich und kann dann das Geld, das nach meinem Immobilieninvestment übrig bleibt, ein wichtiger Forschungstecken Deal. Das klingt super. Darstellung finden, aber dadurch entsteht ein falsches Bild. Stichwort False Balance. Und das ist einfach eine perfekte Gelegenheit für die Lobbys, um einen Diskurs trotz guter Faktenlage oder sogar eindeutiger Faktenlage zu dominieren. Und was ihr machen könnt, bei Studien immer auch in die Konflikte auf Interest schauen. Ja. Und natürlich Wissenschaftstomaten folgen, die kritisch auf die Datenlage schauen. Das Tolle an evidenzbasierter Wissenschaft ist doch... Solche Demo für alle, die macht das ganz gut. Sehr, sehr kritisch, da geht die auf wissenschaftliche Datenlagen ein, ja. Irgendwann kommen die Erkenntnisse ans Licht. Trotz jeder Lobby. Wir wissen, dass in unserer Community viele Forschende und Wissenschaftsinteressierte stecken. Und wenn ihr uns mal von Lobby oder Beeinflussung erzählen wollt, schreibt uns doch gerne... Teile dies, wenn du auch den Kapitalismus ablehnst auf deiner Facebook-Timeline. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Da bekommt es halt niemand mit, ne? Und wie würdet ihr mit dem Dilemma umgehen, dass Forschung ja einerseits Geld braucht, aber andererseits frei sein muss? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten... Ja, Kapitalismus abschaffen. Doch das ist meine Lösung. ...haben wir hier noch zwei spannende Videos für euch und sehen uns hoffentlich, beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ne? War aber ein gutes Video. Also keine Ahnung. Ich fand, das war ein basses Video.